Musik Herzlich Willkommen zurück zur RoboCraft. Das ist mal wieder eine Livestreamaufnahme und deswegen ist die Qualität ein ganz wenig geringer. Ich hoffe es stört euch nicht. Trotzdem wünschen wir euch natürlich extrem viel Spaß beim Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, klickt den Abonnieren-Button. Wie gesagt, ich bin nur Healer und ich habe dieses Schild dran. Ach so, okay. Da mache ich schon mal, da will ich mal ausprobieren, weißt du. Ja, ist okay. Da ist, da kommt schon wieder Raketen rüber geflogen. Ja, ich sehe es. Ich will das Schild einsetzen. Du wirst bestimmt noch Gelegenheit haben. Ja, davon gehe ich aus, aber ich will es jetzt einsetzen. Da oben ist ein Fliegender. Ich kann halt nichts machen, ne? Ja, Fliegen ist ein bisschen blöd. Wie hier heil auf, wieder auf einen Haufen, ey. Komm, lass dir helfen, Junge. Da pflege ich garantiert nicht hin, wo er ist, ey. Na, ich weiß nicht, ob ich da hin soll. Nö, gehe ich nicht. Oh, ich stütze in der Mitte. In der Mitte? Oh, yo, ich sehe es. Ja, deswegen sind wir da nicht hingegangen. Komm hierher. Aber ich bin noch nicht schnell genug, obwohl ich schon die ganzen Thrust daran habe. Ah, schade. Da waren wir nur die klein genommen. Nein, ich habe es zu früh gebaut, das Schild. Ja. Na, er hat auch ein Schild. Komm schon. Gut, man, hau ihn weg. Scheiße, er kommt von oben noch einer. Ist egal, ich habe dich gleich. Ich habe noch einen Cooldown vom Schild. Mama. Oh, ich gehe wieder down. Schild, ey, die sind da gerade alle auf einen Haufen. Komm mit dem Schild noch nicht ganz so klar, wo ich das platzieren soll. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, aber ich... Boah, Alter, die sind ja wirklich alle gerade auf einen Haufen. Ja, ich weiß. Eigentlich ja gut. Ich habe immer noch meinen Cooldown hier. Also, oder schon wieder, wenn man es sehen möchte. Aber geht gleich los, geht los, geht los, geht los. Alter, der nimmt überhaupt keinen Schaden von mir da vorne. Ja, das ist ein Anfangslevel, ne? Hm. Schade. Die haben mich noch nicht so auf dem Schild. Ich bin bestimmt gut getarnt hier auf Eisfläche. In blau, du weißt schon, so, ne? Wow. Oh, ich komme. Nein, von hinten kommen auch welche. Guck mal, das Schild ist voll geil, ey. Wir haben ihn. Sauber. Wir haben alle Türme, wir können zur Base, ey. Ami-Katze. Seronimo. Da kommt ein Gegner. Das ist das Gute, dass ich von hier aus den Kern schon mal treffen kann. Ja, Mann. Komm mal lieber hierher mit uns. Oh, oh, oh. Und hinter dir? Jawohl. Ja. Das hat nochmal ein bisschen was gebracht. Sehr gut, das noch ein Gegner. Von hinten, von hinten, von hinten. Sauber. Sehr gut. Läuft bei uns. Oh nein, der hier unten ist. Sauber, Junge, ey. Du kloppelst ja richtig weg, ey. Wow. Hab dich. Hat das Schild eigentlich immer einen längeren Cooldown? Oh nein, ich liege auf dem Rücken. Kannst dir ehrlich nicht sagen. Du hast es, glaube ich, verhogen, ne? Ich drehe mich aber kurz um. Oh, oh, hier oben, hier oben. Ich glaube, das ist doch nicht länger. Oh, ich habe ihn sogar außer Luft geholt, ey. Das ist wieder einer. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Oh, der ist hier direkt gespawnt bei uns. Direkt neben dir, direkt neben dir. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Er ist despaul, also er ist aus dem Spiel gegangen. Alter, das ist wirklich ein heftiger. Das ist hier eher eine Vergewaltigung, ne? Ach, der Heiler ist dahinter. Was soll man jetzt denn? Von hinten kommen auch welche? Ja. Oh, jetzt wollen die es wissen. Mach ihn fertig! Ja. Fuck, 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 fuck. Er penetriert mich. Ja. Oh. Ja, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, bitte, 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 bitte. Ja! Ich konnte das Schild noch aufbauen. Scheiße. Im Endeffekt hat er mir zumindest das Genick gebrochen. Boah. Wir sind wieder's. Alter, das war was, ne? Ja, man, wir kommen. Gehen wir durch die Mitte hier. Ich glaube, durch die Mitte haben wir ein bisschen mehr Chancen. Boah, die sind ja alle an der Base gerade. Ja. Davon gehe ich aus. da kommt mir hinterher eine habe ich noch gekriegt ja ich bin da ich bin da kommt zurück ein bisschen aber da kommt gar keiner da fallen wir mal einen meter weiter komm jetzt los schießt auf den kern aber der heilt sich ja ja egal dann mit so wenig energie sowieso nicht weiter runter rotzen einfach weiter jetzt wird er mich machen fertig ja ich kann nicht mehr sie haben es weggeschossen ja ich weiß ich weiß okay ich bin weg das hätte echt noch was werden können da ist echt nicht mehr viel ich glaube da kann ich von ganz hinten einfach rein das kleine ding hier ist so geil welchen turm haben sie denn den links hinten okay ja egal wir müssen einfach nur in die base rein rotzen ja ich glaube ich fliege da auch einfach rein ja da sind drei kristalle oder so da dran ne ganz ehrlich schauen wir mal waren in der mitte welchen ne ich rushe gerade durch voll doof alleine ne ich muss mich einmal umdrehen dann bin ich wieder voll zu deiner verfügung da ne ich komme nein ich bin rausgerutscht es hängt wirklich nur noch einer und der ist fast kaputt ey ich hab dich ich hab dich nein verdammt ey da fehlt echt nicht mehr viel das ist so gut ey lypt ist zwar nicht gut gepanzert meiner aber zweiter läuft schon mal